Und jetzt fülle ich Sie gerne zu Davos im Sommer, Davos mit Kirchsturm. Was ist Schwef überhaupt? Das Jahrestreffen vom World Economic Forum ist weltweit das allergrösste und bedeutendste Politik- und Wirtschaftstreffen, die auf privater Initiative stattfinden. Davon, Davos! Halt! You represent the single largest span of control of human and economic capital in the world. You see something nice, just take a picture of it, just click. Und der Umsatz oder die Wertschöpfung ist etwa bei 60 Millionen in der Fosse, wenn man es gesamt schweizerisch anschaut, in der Grösse noch nicht etwa von 94 Millionen. Aber darum ist es ja auch schwierig, meine Bauern wäre schon ein hübschgefühl. Aber braucht Schwermin. Schlacht wäre ein Schlachter-Zeitpunkt, um zu übernehmen. Ja. Seit 49 Jahren nun treffen sich die Reichen und Mächtigen hier und geben vor, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Angeblich erfolgreich! Spannung! Spannung! metaphor. Spannung! 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 bat bus.